hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe dead by daylight mein name ist michael und wir spielen wieder zwei drei runden spiele ich hier für euch dead by daylight und ich habe mich heute für william bill overback entschieden und ja wir haben die talente dafür geschaffen dabei flink gelegenheit nutzen und technikerin da habe ich eine quest mitgenommen und zwar schaffe viel großartig fähigkeitschecks während du einem generator arbeitest und das talent techniker nutzt deswegen habe ich das mitgenommen normalerweise habe ich dings dabei heißt nochmal der verzerrung habe ich mal so mit aber diesmal halt nicht und deswegen habe ich jetzt denken weil ich die quest mitgenommen habe und ja genau das war's und es sind wie gesagt neue archiv aufgaben wieder da deswegen genau technikerin ja legen wir los und hoffen dass wir einen guten killer bekommen und einen fairen killer kommen und genauso wie faire zu weibern wir checken ab gaming michael bio kommentiert gleich das den daumen hoch da lasst viel liebe da teilt mein video und wenn ihr möchtet wenn ihr nichts verpassen wollt von mir das gerne einen kostenlosen abo das würde mich super freuen und aktiv aktiviert die glocke mit nichts mehr verpasst genauso wie auf twitch dort heißt ich xx michael bio xx auch dort könnt ihr wenn ihr möchtet gerne follow da lassen mit ihr auch da nicht verpasst wenn ich da läuft gehe und entweder auf twitch oder auf youtube das würde mich super freuen so wir haben dabei talita lira allen ripley und eine mikaela wright genau das können wir gerne weg stecken nimmt das hier so spare ich halt noch ein bisschen ich habe doch 1,5 millionen blutpunkte ja okay jetzt haben wir doch jetzt haben wir die victorio dabei okay ein nackigen victorio so los geht's mit der ersten runde von 2 schätze ich mal ja ja so wo sind wir wo kommen wir hin welche karte welchen killer kriegen wir so wo sind wir hier so da sind wir sollten das lagerhaus das mcmillen anwesen stammt so so michael ist es mittel 144 stück frau ich insgesamt da kommt schon hallo ok oh ok 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 michael nicht getroffen ok 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 zwei habe ich jetzt ok 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 you ok 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 Ja. Hm. Kommt der Mikleid aufgegeben? Könnte das sein? Kommt der Mikleid aufgegeben. Der Arme. Oh. Ah! 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 Ja, also... Ja, die Runde war... ...komisch. Der Mikleid hatte ja aufgegeben, oder wie ich... ...ich weiß nicht. Hm. ...aufgabe habe ich auch nicht geschafft. Ja. Super. Ach, Mikkel. Ach, der wollte seine drei... ...Talente machen. Oh Gott. Ja. Ja. Das war ein bisschen schwierig. Die Runde. Für ihn. Er musste alle killen, dafür das zu schaffen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. War eine schnelle Runde. Ab in die nächste. Äh. Hm. So. So. Ich würde auch sagen... ...dafür geschaffen wird ja bald genervt. Also anders gemacht. Da lohnt sich das gar nicht mal mitzunehmen. Deswegen muss ich die letzten Male noch genießen... ...dafür geschaffen mitzunehmen. Weil die wollen das komplett verändern. Ähm. Ähm. Ja. Was ich sehr schade finde. Und... Naja. Egal. Was willst du machen? Ja. So. Wir haben dabei... TTVEvil... Aha. eine Claudette Morrell, ein Twitch Streamer, eine Ida Wong und eine Nea Carlsen. Ja. Doch, jetzt haben wir Niklas Cage dabei. Keine Nea Carlsen mehr. ja das ist wahrscheinlich trotzdem die letzte runde sein je nachdem wie lange die runde jetzt geht ja auch wenn die erste runde ziemlich kurz war schaffen wir wahrscheinlich keine drei runden insgesamt von der zeit her es geht wer ist jetzt immer krehenhorst das krehenhorst weil sie es nicht krehenhorst ist gut der krehenhorst einsamer friedhof ich mag die map hallo niklas mein niklas katsche und der beweise wie ich dabei schweinchen das ist das schweinchen 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 Ah! Das war's. Maya Was ist denn los mit dem Schwein? Was ist denn los? Ja komm schon, noch einen. Jo, Aufgabe geschafft. Ja. 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 Oh, der hat ähm Dingsbums hier 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 hier nee 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 hier 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 schweinchen was los die leute los c'mon Und dann die nicht uneinigkeit hat oder sowas mein gott war fast geschafft Jetzt guckt er in den Schrank rein. No. Oh! äh heute ist aufgemacht das schweinchen ja gute runde hat spaß gemacht mit dem schwein ich bin bestimmt bei dem anderen tor 100 pro naja oh hm hä what the hell ja Warum jetzt noch erwischt worden ist, ich wusste, weil er rumspielen musste. Selbst schuld, sage ich immer dazu. Ist mir auch schon mal einmal passiert. Ja. Ach, die wollte auch ihre Perks machen. Das war wohl nix, das war wohl nix. Hm. Jo. Schauen wir mal, ob wir noch Zeit haben für noch eine Runde. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke nicht. Die dauert ja meistens so 15, 20 Minuten so eine Runde. Und wenn die tatsächlich mal länger geht, eine halbe Stunde oder 25 Minuten, dann stehe ich da. Und wir haben jetzt 41 Minuten drauf. Das wird nicht mehr reichen, Leute. Ja. Quest haben wir auf jeden Fall geschafft. So, zack. Erst haben wir hinter uns. Dann sammelt ihr einen Haken in einem Umkreis von 10 Metern und einem Killer, der einen Überlebenden trägt. Ach, ne, nicht das schon wieder. Nicht das schon wieder. Aber was ist das hier? Enthülle die Aura des Killers für 30, 80 Sekunden. Hm. Ich nehm das mal. Keine Ahnung, was das ist. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich gebe meinen Videos immer das Beste, was ich kann. Und ich hoffe, wie gesagt, das hat euch wirklich gefallen. Wenn ja, dann kommentiert, liked und lasst gerne einen Daumen hoch da. Teilt meine Videos. Lasst viel Liebe da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne doch einen kostenlosen Abo da. Abonniert die Glocke. Ach, abonniert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Das wäre super cool. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.